Pfff. Okay. Ähm... Ich versuche jetzt einfach mal neu zu starten. Warum erkennst du keine Dinge? Du erkennst Dinge. Nein, ich will das aber... Ich will das neu starten. Lass es mich neu starten. Was ist das? Dankeschön. Pfff. Ah, okay. Was ist das? Strider Thing habe ich wahrscheinlich gemacht. Das heißt, ich gucke mal, ob das jetzt das ist, was ich gerade hätte machen sollen. Und dann hoffe ich einfach mal, dass der Mega Seed nicht wieder despawnt. Also ich weiß nicht, ob das gerade ein Bug war oder ob ich einfach zu blöd bin, diesen Seed zu finden. Okay. Aber gut. Das ist so gemein. Das ist so gemein. Das ist so gemein. Das ist so gemein. Kann ich das? Sehr gut. Ich bereite mich schon mal vor auf den zweiten Rig. Kommt kein zweiter Rig? Oh, es kommt bestimmt gleich ein zweiter Rig. Oder ich stell den erstmal hier ab. Das ist so gemein. Oh gut. Ach, das ist so gemein. Da ist ja alles gut. Oh, Morty, Morty, da ihr sind. Ich muss die Mega Seed mit Die seguinen mit... Warte einen Moment, was du hier machst? Was ich jetzt hier mache? Bleib weg von meinem Morty! Warte, warte, warte. Du bist kein Rik, Asshole. Es braucht ein Gaping Asshole, um ein Gaping Asshole zu erfahren. Oh, Asshole. Geh weg von mir! Geh weg von mir! Ah, dein Sch Territorium, da will ich hier helfen, Morty. Nein, der Skull hat nicht funktioniert. Brauche ich einen neuen Skull? Oder wurde der Respawned? Ich bleibe nicht. Ja, guck mal, Leute. Noch ein Skull. Nein. Okay, jetzt machen wir das. Okay. Ich fühl mich so unglaublich mächtig damit. Oh, das ist schön. Nein, ich darf noch nicht mal abwingsen. Ich bin der Devils Secretarys Summer intern. Du bist tot. Oder nicht tot. Oh mein Gott, das ist so hart. Ich glaube, du hast ein Button. Kannst du nachher und pressen etwas? Ich wirklich nicht will, dass jemand Angst hat. Ich habe mich zu fragen, wenn ich ein Problem habe. Ich habe mich selbst. Okay, ich hätte nicht erwartet, dass jedes Mal was anderes kommt. Hallo. Diesmal möchte ich gar nicht. Das ist so gut, Mordi. Das ist so gut, Mordi. Was ist so gut? Was ist denn hier? Ich nehme jetzt einfach mal. Wunderschöne. Was ist das? Ich nehme jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, was er passiert. Oh, shit. The Omega Detergent. The softest, most powerful cleaning substance in the known universe. The Omega Detergent, that's right. You know what's the time it is? Time to do some laundry, Clone Morty. Just pour the detergent into the washer. You know, it's been a while since I've done my laundry right. So, uh, I've been, uh, I've been stashing it in an alternate dimension just for the moment like this. So, here you go, Clone Morty. Nein, nein, nein. Danke. Warte, das ist die Drying Machine und das ist die Washing... Ach, wie schön. Ach, wie schön. Oh, um, um, um. Ja, das, da freut man sich doch. Ah. Ja, dass das hier rein muss. Okay, das war das. Gut, cool. Okay, da gibt's dieselben Einstellungen. Was ist, wenn ich das jetzt da rein tue? Okay, das möchtest du nicht. Na gut. Dann kommt das alles hier rein. Ach, komm schon. Ein bisschen schütteln. Ein bisschen schütteln. Wow, nicht das Bild schütteln. Okay, immerhin krieg ich's wieder. Und immerhin braucht er theoretisch für den Rest seines Lebens nur ein einziges Viech von denen zu töten. Weil er sich dann ja ewig viel nachbauen kann. Eigentlich. So. Muss ich die da alle rein tun? Wow. Einfach alles oben drauf. Passt schon. Krieg ich das, krieg ich das, krieg ich das? Nein, krieg ich nicht. Egal. Ich hoffe einfach mal, dass es trotzdem funktioniert. Ja. W-w-w-wait einen Moment, Rick. W-laundry? W-what? Ja, Morty, laundry! Oh, laundry! Don't you get it? That's what we've been doing this whole time, Morty. I-I-I-I don't understand. Like... This is a lot for me to process, Rick. I feel like you're not giving me enough time to figure this whole thing out. Morty, 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 Morty. It's not that hard to figure out. We did all this so that we could do the laundry. Because there's a wrong way and there's a right way. And now we're doing it the right way. We went on a fun, good old fashioned Rick and Morty adventure. And now the Morty clone is gonna do our laundry. I don't know how I feel about that, Rick. You know, I'm not, I'm not sure I like the sound of that stuff, you know? There's no way we can do all that stuff just so that you can get some crappy laundry detergent. Listen Morty, there's a bigger plan here, right? I've had this whole thing figured out for a while now. Once I had developed clone technology and made the Morty clone, I knew it was capable of doing the laundry. I knew it. From there, it was a simple matter of sneaking into the intergalactic nature preserve and stealing the last remaining egg from the nesting grounds. You know, since clone Morty was expendable, I knew it was the ultimate defense against those Federation drones. You know, the fake car malfunction was the perfect excuse to bring the clone to the nature preserve. I had that all planned out. Then we had to make sure we nurtured the baby creature to an appropriate age so it could call its mother. I mean, without mother's milk, we could never be able to make the perfect strength of the omega detergent that I wanted, you know? I mean, this is a very delicate process, Morty. Now, I knew we needed to use the only mega seed we had to upgrade the car so we could properly handle the egg. So I created a honey pot for other ricks to find us. By being the only Rick in the multiverse that had successfully acquired an egg as well as nurture it to the proper level of maturity, I knew there would be other ricks that would be interested in making this omega detergent. I mean, you think I'm the only Rick that wants his laundry done properly? I mean, these other ricks would bring their mega seeds to our universe knowing that this universe lacked the mega seed to create the omega detergent in the hopes that they could trick the clone into giving them detergent. We then swoop in at the last minute, take out both ricks, which the clone surprisingly helped by taking one of them out for us and finish the formula using the chip I hid inside the clone's hand. The clone then makes the laundry and booyahm! There we go! Perfect laundry! What? I didn't want that. What? None of this makes sense! You can't just say that you had a plan and other ricks would show up and it would happen that way? I mean, what about the giant creature in the sky? What about that? You didn't talk about the huge creature that came floating down and was the size of the moon? Morty, no plan is perfect. You know, we had to improvise. It was a real boondock saint situation, Morty. You've seen that movie, right? It's a cult classic, The Boondock Saints. It's about a boondock saint who goes around- What the fuck? What? What the fuck are you even talking about, Rick? You can't tell me that we did all of this so that you can do your laundry perfectly. I can't begin to comprehend how fucked up you need to be from the brain to even begin to allow this to happen. Morty, calm down, Morty. Calm down. Calm down. We're getting all worked up about this thing. It's not a big deal. Nobody, nobody that mattered died. We came out okay. We're fine. Who cares? Relax. Jeez, Rick. Jeez, Rick. What is this? Some kind of Bugs Bunny episode? Pffft. I'd better at least throw up. I mean, jeez. You had us doing all this shit. You know, you had the clone doing all this shit. And then now we're just standing here, like, you know, and you're just totally fine that we're just doing a bunch of laundry. Morty, listen, I can tell you're upset, buddy. But maybe you just need to put this into perspective, you know? Maybe, maybe you just need to see that the universe is bigger than you. Or me. Or the laundry, for that matter. If I give you some ice cream, Morty, would they help calm you down? You know, this is really fucked up, Rick. You know, I don't know what's right, I don't know what's wrong anymore. I guess ice cream is good, you know? That's a good thing. Ice cream is always good. Let's go to my ice cream. Flatsch. I'm dying now? I'm dying now. Oh, what should I do in the dryer? I'm dying now. I'm dying now? Ich habe es doch versucht. Das ist doch wahr. Nicht mehr vorne, hm? Okay. Sie hilft. Ja, die Entwickler, die haben alles gedacht. Ja, die Entwickler, die haben alles gedacht, nicht wahr? Ja, da sind 13 Kassetten. Ich versuche, alle 13 von diesen. Ich glaube, sie können sie finden. Sie sind wie ein Easter Egg. Ich darf nicht aufhören. Ich darf nicht aufhören. Ich kann es aufhören. Ich kann es aufhören. Ich kann es aufhören. Das ist ein lustiger Minigame für euch. Oh Mann, das ist wirklich wirklich sehr... ...extra... ...unlocked replayability. Das ist wie Cha-Ching! Unlocked das. Ja. Jetzt hast du das unlocked. Du weißt, was du noch unlocked hast? Das ist die größte Batterie in der Microverse-Machine. Das ist richtig. Jetzt kannst du versuchen, die größte Batterie zu laden. Wir sehen, wie weit du kannst. Das ist die Welt's größte Batterie. Was ist das? Wie lange kannst du spielen? Bevor du verlierst? In der kleinen Microverse-Machine. Oh mein Gott! Man, sie haben das alles in. Rick! Sie haben das in der Kuchen-Sink. Ich meine, das ist einfach wild. Du denkst, das ist wild, Morty? Dein Vater ist hier irgendwo. Oh! Ist das Jerry? Nein. Du kannst ihn nicht hören. Aber nein. Es ist wahr. Jerry ist in der Spiel. Ich weiß nicht, was du musst, um ihn zu hören. Aber du kannst ihn hören. Er ist hier. Ich meine, einfach... Geh... Geh... Go exploring. Du hast ein ganzes Welt zu spät with. Man, es ist Chalk-Filled. Es ist Chalk-Filled mit secrets over here. All right, Morty. Shut up. So, anyways, Morty-Klon, I'm pretty sure you got a lot of stuff to figure out. Muloup. All kinds of stuff to figure out. So. Wir gehen, ein Meteor spät und wir gehen an icecreme. Wir gehen an icecreme-Date. Wir bekommen ein Eis-Creme. Oh man, I can't wait to eat some ice cream. I'm gonna eat that ice cream. That's right. So, uh, we're gonna do that. Uh, you hang back and look for those little secrets. Give me one little favor. Don't touch any of my shit. This is my stuff. This is my garage. This is my world. Yes, his place. You don't mess with this stuff, you little punk. Yeah, you mess with my stuff. You dumb punk. Okay, vielleicht einmal noch. Irgendwie macht das echt Spaß. Na komm. Willst du nicht? Oh. 21, diesmal immerhin. Okay, ich glaube zweimal reicht. Ach, die sind jetzt tatsächlich weg. Okay. Tja man, ich würde sagen, weil ich eigentlich nicht so normalerweise ähm, Highscore-jagend bin, beziehungsweise ich ja eigentlich fast schon alles ausprobiert habe. Nur Jerry habe ich noch nicht gehört. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Aber, ja, ich würde sagen, ich bin durch. Ah, okay. Ach, verdammt, wenn die da jetzt so ein Squad-Bord haben. Hat man ja irgendwie schon Bock, das zu machen. Nein, ich mache das jetzt nicht. Ich lasse mich davon nicht aufhalten. Ja, Fazit oder so. Es macht echt verdammt viel Spaß, wenn man Bock auf Rick and Morty hat. Und es ist auch ziemlich cool VR-mäßig, nur hin und wieder so ein paar Ruckler und so ein paar Sachen, die so ein bisschen einen aus der Welt rausholen. Das ist irgendwie nicht ganz so schön. Einmal einem dann noch so ein bisschen schlecht wird oder so. Also das ist eigentlich so das Einzige, was ich habe, was nicht ganz so cool war. Aber irgendwie so die ganzen Sachen, die man hier, genau solche Ruckler, ich weiß gar nicht, ob man das im Video sieht, aber die ganzen Sachen, was man hier so machen kann, das ist schon echt irgendwie ganz cool. Oh nein, das ist leer. Auch diese ganzen Sachen zusammen zu mischen und die ganzen Kommentare und sonst was. Das ist irgendwie schon echt verdammt. Verdammt witzig. Also auf jeden Fall für mein erstes VR-Game, was ich so ausprobiert habe, kann ich auf jeden Fall empfehlen, das mal auszuprobieren. Zumindest wenn man den Humor macht. Also ich finde den klasse eigentlich. Ja, dann würde ich sagen, ich mache das jetzt mal wieder zu und haha, ich habe eine Krone auf. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, das haben wir abgehakt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich glaube, als nächstes werde ich mal anfangen, Subnautica zu spielen. Das habe ich mir nämlich letztens gekauft. Und ja. Möglicherweise komme ich irgendwann nochmal zurück und versuche den Kram zu machen. Aber ich glaube wahrscheinlich nicht. Eigentlich mache ich sowas ja nicht. Auf der anderen Seite dieses 3 von 3 10, das, das... Naja gut. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.